Jans, Jans! Bärchen! Bärchen! Was ist das? Ist das der König der Löwen? Eigentlich ist das nicht viel zu lauter als zu haben. Das ist ja jeder, der ist ja Hamster. Strauß! Raus ins Furshaus oder so. Ein Orang! Was ist denn das? Wie heißt das? Der Orang! Der Orang ist zu... Ja na passt schon, na na passt schon. Ich glaube jetzt nicht, der Orang! Wie sieht das? Boah! Ich bin jetzt einfach nicht! Ups! Wie war's das? Ähm... Ich bin... Wanger! Ich bin ja in einem komischen Gesellschaftsraum, du! Äh! Wohin bin ihr gesellschaftlich! Sowohl! Was ist das? Was ist das da unten? Was ist das da unten? Was ist das da unten? Jert! Ja! Schwient! Was? Schweiniert! Was? Ich bin... Ich bin... ... steif! Ich bin... ... steif! Ich bin... ... steif! Was? 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 Ich bin... Ah, ein Cringe! Ja, ein Cringe! Ein Fußballerisches! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Journalist! Da kriegst du einen Fußballer, der Journalist hat! Oh... Alex... Ja, das ist ja null schwach! Da karriert der Rock, der erschossen! Karriert der Rock, der erschossen! Du hast ja, du behindertes Kind! Weil er vier Burgstaben hat, oder? Vier Burgstaben! Buuuuutana! Boi! Buuuuutana! Scheiße! Das sieht man... Irgendwann, das hast du voll! Da war's doch voll Milch! Fuck! Oh mein Gott! Was? Ja, aber das kannst du ja auch noch zeichnen! Was ist denn, dass der Hurenlohn in 20 Schnauze hat? Ja, das ist echt, ja? Ich bin... Ich bin... Fuckin 20 Einkaufszentrum! Was hast du denn gemolten, Alex? KFC! Boah, geil, Alter! KFC! Fuckin 20, Alex! Du bist so eine Huren! Was ist denn, dass der Hurenlohn in 20 schnauze? Ja! Scheiße! Scheiße! Das ist 20! Ahaha! Alex... Alex! Das hat nie in seinem Leben so langs hochgeschrieben! Ich war der Erste, der Einkaufszentrum erraten hat! Shit! Ha! Scheiße! Ah, das ist gar nicht Säge! Nee! Aaaaaah! 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 Fiel, Alter! Ii! Was war das am... Patsion, dass du bist so behindert! Aaaaaah! Aaaaaah! ... Hehehe... Er ist so dumm... Ii! So dumm... Was willst du noch haben? Was willst du noch haben? Da hast du mal den besten gekickt Ja Ist Taktik Wieso bist du letzter? Oh Lukas Oh Orang Oh Warte Wie kann man zur Seite ausschauen? Die erinnern mich an Jonas Ich weiss es nicht an Jonas bist du behindert? Ach der ist gestorcht Irgelenk verstorcht sich auf Flamingo Aber dann ist mein Auto, der ist von mir zu wischen Schreibt mir natürlich kein Die kleine Ahnung schreitst du mir wieder falsch Tja Was ist ein Döner? Zwei Euro für einen Döner Was ist ein Döner? Zwei Euro für einen Döner Ja, so ist es Ganz Zwei Euro für einen Döner Hahaha Aha jetzt weiss ich wer das heißt Der Hurensohn Ah der Karl Der Orang Wie hoist der? Jans Das war so schnell gemacht, der ausgarnt. Fuck, das war Topic-Man. Ich bin so Topic-Man. Ich fühl mich, ich freu mich, wie ich Arsch da kommend bin, äh, beim, 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 beim Samenrein. Alter, wieso? Hä, wie soll ich das denn malen? Ich kann es verstanden. Hä, Alter, ich kann nicht malen. Reden euch Samenrein, ey, Körsch. Ist egal, Alex, wie hast du deinem gewonnen, was hast du deinem getan? So, die waren alle gestorben auf dem Weg, Alter. Ja, ist wirklich so. Ich verstehe es halt auch noch nicht. Lukas, wenn ein einzelner Partner in der Erzember wandern mehr. Maaah. Was, Alex, wie hast du das Samenrennen gewonnen? Ja, was? Hahaha. Hahaha. Puttana, du Johannes checkt's erst jetzt, Puttana, der Sch... Ich würde mir auch noch nicht zurücklaufen, denn ein geringfügiger Problem, wenn du ein Scheissspiel gehabt. Das ist nicht... 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 Ein einzelner Partner. Also die sind... Ja. Verhalten sich alleine... Aufstehen... Abs... Abstehen... 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 Solche Wörter kann ich nicht auf Deutsch. Ja... Ich kann das... Abstehen... 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 In... Ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren... Oh, genau. Das ist... Mordattentatfall. Also ist es ein Mech... Me... Me... Mer... Mercha Leiche Was? Herr Mercher Das ist ein Mercher Die Kiefer leider Marcus überkennt Geburtsgrab Es ist Geburtsgrab Wenn du geboren warst und der gleiche Kropi geschüftert D-R-D Beachtigung Du hast noch einen Lieferhalt Wie kann der Marius es wieder geworben haben Was ist denn das? 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 Das ist falsch Ich bin in Deutsch Was ist denn das? Ich bin in Deutsch Ich bin in Deutsch Das ist ja falsch Was? Irgendwas mache ich bei Carsten Brauchst ja Irgendwas ist das eine ganz spezielle Was ist denn das? Oh nein Oh nein Du aber... Er muss selber wissen Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin in Deutsch Ich bin in Deutsch Oh nein Orang Nein Nein, das ist nicht der O-Rang. Das ist doch voll Spaß! Super! Ohrrang! Ohrrang 1, 2, 3. Äh, welchen Modus ich bespinnen wollte? Ampel, Orang, Rot und O-Rang. Und das Problem ist, ich bekomme irgendeine Texture drin. Ich stöße da. Ohrrang, ich kriegst du die Eier. Ich stöße, Alter. Ohrrang! Selbst dein Cousin? Was? Scheiße, Leute! Was, Lukas ist so langsam in Zeiten. Ich stöße, Alter! 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 Und der Penis im Auge! Was? Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Jawohl, halt ein paar scheiß Kern rein, oder? So, boah, Flügenschiss! Okay! Ich stöße, Alter! Ich stöße, Alter! Ich stöße! Ich stöße, Alter! Ich stöße, Alter! Oh, nein! Ah!